Willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Wir sind hier immer noch im Horu-Berg, glaube ich, heißt das Level. So, speichern. Und dann gucken wir, was wir hier tun müssen. Okay, uh. Fast. Naja, nicht ganz fast. Das hat noch ziemlich viel Gefehlt, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß nicht, warum ich da gestorben bin. Wahrscheinlich vielleicht so wenig AP habe. Ah, damit ich habe das Ding kaputt gemacht. Ah, okay. Wir sind weg. Da können wir nichts mehr tun. Ich darf diese Dinger nicht kaputt machen. Oh. Okay. Die gehen auch kaputt. Einfach weiter. Nicht zu lange stehen bleiben. Oh, wir haben fast keine AP mehr. Licht nutzen. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Oh, da kommen wir hier raus. Und der nächste Lava-Strahl ist weg. Spiel gespeichert. Wir müssen wieder zurück. Was allerdings wahrscheinlich wesentlich einfacher ist. Und wir müssen primär nach unten gehen. Und unten ist... Wow. Okay, vielleicht auch nicht. Der Anfang ist zwar easy. Das ändert sich dann relativ schnell. Und ich bin auf die dümmste Weise gestorben, wie man überhaupt sterben kann. Voll in die Stacheln. Okay. Geschafft. Safe spot. Andere Seite. Au. 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 Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da rüber kommen, aber... Vielleicht so. Da oben wäre... Äh... Einmal Heilung, aber... Können wir uns jetzt momentan nicht leisten. Ich weiß nicht, ob wir die Gegner brauchen. Ich mach's jetzt mal weg. Und dann speichern wir nochmal. Oh. Wow. Warum bin ich da gestorben? Äh... Okay. Äh... Oh. Da sind wir ein bisschen zu weit gesprungen, ne? Ein kleines bisschen zu weit. Wir können das auch so machen. Ah, das ist super schwierig, weil wir da viel zu viel Speed haben. Vielleicht fahren wir von weiter unten. Ist immer noch zu viel Speed. Noch weiter... Das muss auch hin und wieder mal passieren, ne? Wir gleiten dann noch so ein bisschen nach oben, was super komisch ist. Okay. Okay. Da ist das eben passiert. Ihr habt das nicht gesehen. Ihr habt das nicht gesehen. Okay. Das ist doch nicht instabil. Das ist doch nicht instabil. Hier kann ich eine Seelenverbindung erzeugen. Yay. Geht doch. Und ich hasse euch. Okay. Äh... Wir sind auf der falschen Seite. Das sehe ich gerade. Wir haben relativ viel HP. Okay. Oh. Oh. Upsi. Upsi. Ich soll nachher nach der... ...Section noch mal... ...ein... ...Safe-Spot bauen. Äh... Okay. Das war nicht gut genug. Ey. Machen wir das so. Nein. Hin und zurück. Das Ding ist nicht sehr schnell. Ich sollte gucken, dass ich möglichst weit oben bin. Juhu. Juhu. Okay. Das ist eine Gewöhnungssache. Safe-Spot. Da bin ich... Ups. Naja. Gehen wir erst... ...mal weiter hoch. Ne. Wir müssen von der anderen Seite kommen. Okay. Okay. Was... Was soll ich hier tun? Bitte schön. Was soll ich hier tun? Können wir den Typen erst mal wegmachen? Das hat mich wieder erwischt. Okay. Äh... Lassen wir das. Ist der Wasserfall... Ist der Wasserfall... Der Lavafall hier im Vordergrund oder nicht? Warum nehme ich da Schaden? Gott. Ich verstehe... Ich verstehe hier gerade wieder nicht, was das Spiel von mir will. Komm ich hier durch? Ah. Okay. Ich habe eine Idee. Das war so schlecht. Das war so unglaublich schlecht. Das war so schlecht. So. Runter mit dir. Und der nächste Wasserfall ist... Wasserfall. Uff. Okay. Versuch's, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Das ist vielleicht besser. Okay. Speichern. So. Jetzt müssen wir hier wieder zurück. Okay. Oder nicht? Das war schon mal nicht so... Nicht so schlecht. Wir machen mal zuerst den da plaut. Das war nicht ganz so gut. So. 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 Hier konnten wir stehen bleiben. Und raus hier. Wir müssen noch weiter runter. Wir müssen noch mehr Lava-Fälle ausschalten. Es ist der Wahnsinn. Okay. Bisschen AP. Nehmen wir. So. Rein hier. Speichern. Oh. Guckt euch das mal an. Direkt nochmal speichern. Und direkt nochmal speichern, da der Gegner tot ist. Äh. Okay. Ich dachte, das wäre Hintergrundzeug, aber nein. Oh. Das heißt, wir müssen da rüber. Was eigentlich nicht so schwer ist. Speichern. Wir haben genügend Blau. Okay, gut. Und dann. Nach unten. Und der nächste Lava-Fall ist weg. Oh. Das Spiel wurde gespeichert. Fantastisch. Fantastisch. Es ist super schwierig zu sehen, was tatsächlich, was man hier. Hä? Hä? Okay, das ist schwierig. Damit habe ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber ich meine, wer rechnet schon damit? Schieb mich weg. Ich bin eigentlich solche... Ähm... Ich weiß nicht genau, wie man die nennt. Chase-Passagen. Eigentlich ganz cool. Je nachdem. Die gefällt mir jetzt ganz gut. Das war nicht beabsichtigt. Ich habe ein bisschen Glück mit dabei. Ich habe ein bisschen Glück mit dabei. Ich habe mich das Ding eingeholt. Oder was war da eben passiert? Schon wieder? Ja. Ohne raus hier. Und speichern. Yay. Geschafft. Ach, da oben gibt es... Äh... Okay, wir sind wieder am Eingang. Aber wir haben was vergessen. Dummerweise. Wir haben dummerweise was vergessen. Hä, von da geht es nicht. So, hier rein. Speichern. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir jetzt zu tun haben. Der dürfte uns hier eigentlich nicht erwischen. Noch ein Safe-Spot. Da müssen wir... Ups. Das klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Au. Au. Okay, und nun? Und nun? Hier kann ich stehen. Kann ich das Ding zur Seite schieben? Okay, das ist... Ein Stein. Was finde ich mit dem Stein? Ich will ihn hier hochbringen. Oh. Komm her. Komm her. Oh. Komm her. Da. Dahin. Oh mein Gott. Das wird ein Spaß. Nicht. 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 Okay, ich dachte, das geht vielleicht da rein. Gut. Ähm. Wie kommen wir an das Ding da ran? Hm. Fragen über Fragen. Zuerst mal brauchen wir den Stein wieder. Ach, shoot. Ich hätte speichern sollen. Oh. Aufpassen. Das unterbricht das hier. Bringt aber nicht sonderlich viel. Warum sollten wir das unterbrechen? Okay. Stein, komm her. Stein, komm her. Der Stein muss weiter hoch. Okay. Ein bisschen friemelig. Ich weiß nicht, ob wir den Stein so hoch kriegen. Nein. Juggle Master. Achievement. Okay. Gut. Nein. Du bleibst hier oben. Wir kommen unten durch. Deswegen habe ich jetzt mal gespeichert. Ich will mal gucken, ob wir an das Ding da rankommen. Wenn, dann ist es super knapp. Wenn, dann ist es super knapp. Hm. Hm. Irgendwie so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich den Nerv habe, das zu tun. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob das so überhaupt funktioniert. Ich muss da unten durch. Aber das ist einfach, wie gesagt, ausgetan. Bin One-Shot, oder? Ja. Hm. Ich weiß nicht, wie wir da rankommen. Ich sehe keine Möglichkeit aktuell. Ohne, dass ich sterbe. Wir müssen den Grad nach oben katapultieren. Aber das geht nicht wirklich. Okay, wisst ihr was? Ich probiere noch ein bisschen Offscreen rum und sonst machen wir weiter. Okay, es ist eigentlich ganz einfach. Weil währenddem ich das mache, bin ich unverwundbar und komme ohne Probleme auf die andere Seite. Das ist super einfach. Man muss einfach nur das Richtige tun. Ich habe nicht mal... Keine Ahnung. Zwei Minuten gebraucht. Um es herauszufinden. Ich bin schon fast ein bisschen stolz. Okay. Last but not least. Spiel gespeichert. Und wieder raus. Ähm, ja, stimmt. Da darf ich nicht drauf stehen. Okay. Jetzt sind wir hier. Oh, hier ist noch was. Okay, lass mich mal gucken, ob ich... ...da rankomme. Wir haben genügend Safe-Dinge. Okay, das war vorhin wahrscheinlich noch nicht... ...noch nicht zugänglich. Huh. Okay, spiel. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Speed Platforming. Nochmal. Und noch mehr Lava geht weg. Okay, müssen wir das auf der anderen Seite auch nochmal machen oder haben wir alles? Spiel wurde gespeichert. Kann ich jetzt unten durchrennen? Nein. Ha. Okay, wie kommen wir dann hier wieder zurück? Ich habe eine Idee. Autsch. Ich habe eine Idee. Aber ich weiss nicht, ob es klappt. Vielleicht klappt das. Das ist die beste Idee, die ich momentan habe. Okay. Ich darf nicht so hoch zielen. Ich darf nicht so hoch zielen. Ah. Es war so knapp. Okay. Das war viel zu früh. Muss ich da hier irgendwie... Oh. Sabaran, komm. Okay. Ich sehe mich nicht. Stirb einfach. Ori. Stirb einfach. Okay. Wo? Geht das so? Tatsächlich. Okay. Her damit. Ich glaube, damit sind wir hier durch. Nun gut. Auf der rechten Seite hat es noch Wasser. Lava. Und hier ist auch nochmal was. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Ach, komm schon. Echt? Jetzt habe ich wieder mit der Stelle Probleme. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Warum geht das nicht mehr? Ah, Mann. Das geht einfach nicht mehr. Von hier aus komme ich da nicht rüber. Ja, das ist alles wundervoll. Lass mich... Warum geht das nicht mehr? Jetzt geht's wieder. Okay. Schauen wir hier nochmal. Wir müssen dann nach unten. Okay. Das ist auf den ersten Blick eigentlich relativ trivial. Und wieder raus. Okay. 90% haben wir. Ich sehe sonst weiter oben nichts mehr. Das einzige, was wir noch sehen, sind die Dinger. Okay. Gucken wir mal, ob wir das da uns kraulen können. Das ist gar nicht so schwierig. Da geht's aber noch weiter runter. Wow, das war ein Fail der allerhöchsten Güte. Okay, wenn ich hier speichere, wie komme ich dann wieder hoch? Vielleicht so. Okay. Gut, wir können hier speichern. Passt. Wobei... Wir hätten auch kurz hier hochlaufen können und dann hier speichern. Jetzt müssen wir dann nach links unten. Und alle Gegner töten. Und alle Gegner töten. Oh, fantastisch. Okay. Okay. Am besten... Fangen wir damit an. Oh. Hey. Warum hat das nicht geklappt? Ui, 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 ui. Uah. Und dann bin ich in One-Shot. Hm. Du triffst mich hier nicht. Okay, die sind, glaube ich, relativ einfach. Man muss das einfach ein paar Mal machen. Wann hat man die? Oh, und es ist schon offen. Okay. Nice. Und das bringt uns was genau? Hier ist was. Ähm. Und nun? Das Element der Wärme ist zum Greifen nah. Wenn die Elemente wiederhergestellt sind, können wir die Folgen ihres Zorns rückgängig machen. Okay, ich vermute mal, das stellt das Element der Wärme wieder her. Und jetzt kommt bestimmt wieder eine Chase-Sequenz. Oh, ja. Wer sagt's denn? Schieb mit der Locked. Rekindle. Okay, wir können sogar... Ich weiß nicht, ob das Spiel gespeichert wurde. Gut, ich denke, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break, denn ich habe das Gefühl, wir werden hier ein Weilchen dran sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und auf geht's. Vielen Dank.